Damit ein recht herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht. Und Diesel ist schweineteuer, das sieht ja fast aus wie Deutschland hier. Ja, Mann. Hi, ich bin auch da. Hi, Tag. Ach ja, Jenny ist auch da. Ja. Wir hatten leider einen Verlust, leider. Ja. Leider ohne Trine. Ja. Die quasi beruflich, schulisch, also reales Leben bedingt einfach gerade nicht aufnehmen kann. Korrekt. Ähm, und das, da hatten wir uns dann geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir das mal, äh, machen wir so weiter. Hat sie uns darum gebeten, dass wir das Projekt nicht abbrechen und auch nicht so lange auf sie warten. Richtig. Äh, diese Liebe, diesen Cousine, Liebe geht raus. Ja, 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 ja. Und, ähm, ja, äh, wieso hab ich eigentlich hier diese klappige Keule? Stimmt, wir hatten noch keine Wummen, da war was. Das ist richtig. Und ich hatte nur meine, mein, mein Keulchen. So, was müssen wir eigentlich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt so lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gerade, als ich reingejoint bin, dann waren hier schon so, so ganz nette... Äh, äh, äh. So ein paar Freunde. Wie ging das denn nochmal mit dem Treten? F, glaub ich, oder? Nee, E ist Treten. Oh, das ging nach einem Dicken. Und bumm! Stimmt. Tritt ihn! Ah, da war was. Ja, was denn? Nee, das mit dem Treten. Ach so, ja. Boah. So. Ich hab verges... Ich glaub, wir müssten hier irgendwelche Schalter ausmachen oder so. Ich dachte, die... Ah, warte mal. Das haben... Ah, das war der letzte Speicherpunkt, wo wir zusammen waren, weil... Ja, ja. Die Tankstelle hatten wir, glaub ich, eigentlich schon gemacht. Nee, die Schalter hatten wir, glaub ich, noch nicht gemacht. Moin, Jungs! Na, alles fit? Na, hä, hä, hä? Oh. Ah, ich treff den gar nicht von so weit weg. Wieso steht denn einfach nur so rum? Schläger schlägt nicht. Ja, hab ich kein Problem mit. So, ähm... Es wäre doch mal richtig schlau von uns. Oh, ich hab ein Saftpaket. Haben wir ein Auto? Haben wir Dietrich? Nee, das hat, glaub ich, noch keiner geskillt. Aber du müsstest mich bitte mal aus der Tür lassen. Haben wir hier ein Auto? Ich glaub... Ist das brauchbar? Nee, das sieht nicht mehr so brauchbar aus. Ähm... Da hinten, da hier, der... der... der Pickup. Der Pickup? Ich... ich seh hier keinen Pickup... Pickup-Up-Pick. Ach, der! Ist der noch fahrbar? Nee, ich glaub nicht. Äh... ne. Aber der da hinten könnte fahrbar sein. Egal. Ist der fahrbar auch nicht, ne? Scheiß. Tja, pass auf. Was... wie... wie ging das denn nochmal mit den... mit den Quests? Ich bin völlig überfordert mit der Steuerung. I? Nee, I nicht. I? Ah doch, I und dann können wir auf Quests klicken. Suchen und plönern heißt das. Schwierigkeitsgrad. Na, na, na. Du suchst die beiden Tankstellen und bringst zwei Getränkepäcks zurück. Das heißt, wir brauchen doch ein Auto. Sie? Ähm... Puh. Auto, Auto, Auto. Warum ist denn hier an der Tankstelle kein Auto? Ey, sind schon Autos, aber keine verwendbaren. Ja, das meine ich doch. Ah, warte, hier drinnen stand noch eins. Ja, ist das so? Ja. Okay, dann geh ich das Stuff-Paket holen, was ich da hinten einfach hingeschmissen hab. Ich greife wieder mal in den Schlip und hol ihr mal den... Ne, Gott, lass mal das. Oh, ich bin schon wieder falsch, glaube ich. Geh weg! Nein! Hallo! Guten Tag. Ich, ähm... Da hinten hab ich das hingeschmissen, genau. Ja, wir haben halt jetzt wirklich sehr lange nicht aufgenommen. Das heißt, für uns ist das quasi jetzt wie nochmal von vorne spielen. Alles wieder neu lernen. Ja. Aber, ja, passiert, passiert. Nein! Oh, ich bin schon wieder falsch gelaufen! Warum? Weil ich's kann. Hi, hi, hi. Aber soll ich schon mal was sagen? Ich glaube, letztes Mal hatte ich meine Grafik, hat er noch nicht richtig frisiert gehabt, oder geupdatet. Ne, was hat er noch nicht gemacht? Ich hatte, äh... Ich hatte ja dieses, ähm... Das... Ah, sag schnell. Die Wärmeleitpaste ja erneuert. Ja. Jetzt nimmt er auch... Jetzt legt er auch ihn richtig flüssig auf und macht alles ganz toll. Sehr gut. Versteh's nicht. Ja, ich freu mich ja auch schon. Die hab ich das natürlich gerade schon erzählt, aber den Zuschauern nicht. Dass Daniel ja jetzt, just in dem Moment, dabei ist, mir meinen neuen Rechner zusammenzubauen. Neue Grafikkarte gibt's nicht, aber ich bin mit der 2080, äh, super... Ha, super zufrieden. Die ist voll super, wa? Die ist echt super. Und, äh, ja, jetzt... Netzteil brauche ich halt auch kein neues, aber ich kriege ein neues Gehäuse und Prozessor und Motherboard und Wasserkühlung. Und, ja, alles so wunderschöne Sachen, auf die ich mich freue. Ich muss nur dann dran denken, unsere ganzen Savegames und so vorher noch von der Festplatte zu holen. Hm. Sonst wird er nämlich mit Seven Days ein kleines Problemchen. Oh, yeah. So, hast du... Ach, das macht nix. Hast du schon, äh, hast du zweites Saftpaket geholt? Gibt's ja nicht. Ich hab nur, ich hab nur, äh, Benzinkanister. Achso, ne, die brauchen wir ja nicht. Oder... Der muss aber... Das ist irgendeine andere Quest, die wir, glaub ich, mitnehmen müssen. Das ist auch nicht so gut. Ne, die Benzinkanister hatten wir doch schon gemacht. Ich nehm es mal einfach in mit. Schaden tut's dir nix. So, mal ein bisschen Energie. 73. Ähm. Was können denn so meine Waffen? Das ist nicht so gut, ne? Ah, toll, die haben Rechtsverkehr. Äh, äh, äh. Oh, ne, das möchte ich aber behalten. Ach, komm, nimm... Achso, das kann ich nur austauschen. Ne, dann will ich das nicht. Hm, 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 hm. Die sind schon alle tot. Ja, müssen wir das... Andere Saftgedöns vielleicht unter... Oh, hier liegt ein Ausfall. Da gibt's aber eine zweite... Warte mal, M war da, glaub ich, die Karte. Da gibt's noch eine zweite Tanke. Can't hurt the look. Meine ich. Etwa doch irgendwas. Da guck, da unten. Ja, wir müssen nach da unten, weil da ist noch, äh, eine zweite Tanke. Ah. Äh, ich hab die Kisten hier übrigens aufgeschlossen, ne? Oh, hast du das geskillt? Hab ich geskillt, ja. War schon da drin. Musst du selber gucken. Ich glaube, da liegen nicht immer für jeden das Gleiche dran. Als Dietrich, Dietrich... Stufe 3 kann ich nicht. Okay. Und Messer mit 124. Ermüdendstock. Ne, der ist kacke. Ich hab hier meinen Batzeballschlager. Bist du, Franz? Ich falle, komm, ich falle halt mal. Warum kann ich das denn nicht aufheben? Bin ich so voll im Inventar, oder wie läuft das hier? Ich hab echt, ich hab alles vergessen. Äh, Inventar. Spieler. Nein. Äh, Karte? Nein. Quest, Inventar. Hier. Ja, ich bin ziemlich voll. Irgendwie. Pass auf. So. Und so. Und dann, ähm... Wo kann ich denn einsteigen? Hier. Okay. Aber wir hatten doch Waffen gefunden. Ich weiß es nicht. Doch, wir hatten Waffen gefunden. Da, ein Revolver. So, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ich mich jetzt lang? Äh, geradeaus, links, geradeaus, 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 bis es nicht mehr weiter geht. Dann wieder links. Gut. Gott, ich hab Angst. Äh, warte mal. Äh, ach nee, jetzt. Äh, ich bin falsch. Nee, warte. Halt. Ah, ich bin falsch rumgefahren. Okay. Hui. Hui. Das existiert, das ist ja nicht das Gefahren, was ich hier mache, ne? Ja, ja, mhm, mhm. Ich bin in den Rechtsverkehr gewohnt. Das ist ja auch noch unheimlich wichtig auf diesen Straßen. Ah, hier musst du aufpassen. Okay. Oh. Nee, hier war das nicht. Wir müssen da oben lang. Ja, bestimmt. Ich komm hier nicht weg. Moment. Ich steig mal kurz aus und werd mal diesen netten Herren hier. So. Ich hab's, glaub ich, verkackt, weil ich komm hier nicht raus. Dumm-Di-Dumm. Du schaffst das. Oder auch nicht. Kann ich schieben? Nee, kann ich nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Ähm, ja, du hast dich jetzt schön an der Kante festgefahren. Da fängt ja schon... Beweg dich! Beweg dich! Prima an. Ah! Jetzt... Darf ich bitte einsteigen, Jan? Ich bleib hier im Busch stehen, okay? Ja, kannst fahren. Ich sag's dir durch die Blume. Ja, bitte. Du kannst fahren. Okay, also rückwärts durch den Busch geht, vorwärts nicht. Gut. Ist ein Einbahnstraßenbusch. Ist okay. Ah, ja, 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 ja. Hübsch hier. Sehr hübsch hier. So, Moment. Kurz mal parken. Mhm. Ja, da hier bin ich. Hier sind wir richtig. Ei, 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 ei. Bitte frag mich nie wieder, ob ich einen Führerschein hab, okay? Ich hab dich noch nie danach gefragt, aber ist okay. Oh, ich glaub, hier braucht man Hilfe. Ah, oh Gott. Mein ganzes Leben schwebt da meine Augen vorbei. Alles gut. Nur ein kleiner Kratzer. Ich probier mal was. Wenn ich jetzt den Controller anschließe, ne? Funktioniert der dann einfach oder eher nicht so? Stopp, bin da. Wer noch? Cool. Ich würd gern aussteigen. Nein, jetzt hab ich mich geheilt. Moin. Äh, 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 hier ist so, haben wir jetzt hier aber... Na, alles gut? Hä? Äh, äh, aua. Wie schlage ich denn? Boah, nee, mit dem Controller ist gar nicht so gut. Also zum Fahren, ja, okay. Aber zum Spielen ist das irgendwie kacke. Schnauze! Aua! Okay. Aber schlägst du Frauen oder was? Ich glaub, es hackt. Aua. Ja, der ist richtig hart drauf. Ja. Nein! Lass das. Und links, rechts, au. Äh, ja, 7 minutes to go. Wie war das? Bist du tot? Noch nicht ganz. Aber ich sollte mir jetzt irgendwie was zu trinken besorgen. Okay. Ne, ich mach den, sorry für das Gewusel jetzt hier, aber ich musste das einmal ausprobieren mit dem Controller. Nö, 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 nö. Waffen reparieren wäre dann halt eine gute Sache. Oh, was haben wir hier? Ich mach mal Strom aus. Ja. Hast du? Sehr gut. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht. Vielleicht müssen wir da noch woanders noch hin? Hm, ja. Vielleicht in den Tankereien? Möglich. Hm. Oh, ich hänge Müllkontäder fest. Ja gut. Kann man mal machen, ne? Wer schreit hier? Ich höre gar keinen. Geht das doch hier auf? Ich erinnere mich, das hatten wir alles schon gemacht mal. Ja, 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 ja. Was ist denn mit dir los? Aber ich glaube, wir sind nicht viel weiter hinten dran gewesen. Ach, guck mal, hier ist eine Leiter oben aufs Dach. Das heißt, wir müssen nur irgendwie da rein. Okay. Bin ein Flummi. Was? Darf ich dir mal am Popo krabbeln hier? Aha, und dann hier. Wups. Ja, 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 ja. Kinder, bleib doch mal ganz gechillt. Oh, bist du drin, ne? Ja. Oh, hallo. Über das Auto auf der einen Seite. Ah, alles klar. Ich, äh, nichts hier versteht. Cardio-Training. Hey, ich hab irgendeine, irgendeine Errungenschaft gekriegt. Okay, nice. So, ich geh mal aufs Dach, wo? Also, so wie der am Pusten ist, dann hat er auch schon Corona, hier, der Kollege. Okay. Warte mal, das ist ein... Vielleicht ist das ja eine Zukunftsvision, dieses Spiel. Man weiß es ja mal nicht. Vielleicht. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Und soll ich mal was verraten, Jan? Hier ist einfach mein Nyckes. Dann nehm ich mal hier die Eingangstür, okay? Äh, ja, kannst du machen. Moin! Guten Abend! Das sieht von hinten sehr schön aus, übrigens so. Ding, 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 ding. So, einen Arm schon mal weniger. Aua! Immer diese Frauenschläger hier, das tut doch weh. Der hat jetzt aber eine verbrutzelt hier, der Kollege. Ach, dir auch? Okay. Was hast du denn? Okay. Ach so, dir? Ach so, das kann ich nicht aufheben. Ja, das ist schlimm. Guten Abend! Die Schwierigkeit ist, warum ihr es vielleicht... Vielleicht fragt euch jetzt, warum machen die das nochmal? Äh, das Spiel hatte Trin immer gehostet. Und deswegen können wir nur da, wo die letzten Save-Points waren, äh, jetzt wieder einsteigen. Aua! Das ist richtig. Aber ich bin schon froh, dass das Spiel das überhaupt rafft. Es gibt nämlich Spiele, da hätten wir jetzt ganz von vorne anfangen müssen. Ja, das wäre wirklich ziemlich unklug. Ein bisschen. Krieg dich wieder ein, Junge. Oh, hier ist ne Werkbank. Nein! Oh, meine Waffe ist im Arsch. Guck mal da mal den Strom aus. Jetzt. Oh, ich hab keine Ausdauer. Jan, du weißt, dass der hier noch lebt? Ach so! Sag das doch! Hab ich doch jetzt! Der lebt nicht mehr. So. Ja, reparieren! Aber kennen wir das nicht mit... Du hast keine Ausdauer. Boah, hör auf. Du hast keine Ausdauer mehr. Ja, ich möchte alles reparieren. Ja, 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 ja. Aber wir haben doch den Strom ausgeschaltet. Wieso ist der jetzt immer noch? Action. Ne, da war der Benzinkammer nicht damit fürs Auto. Oh, ja, mach das. So, jetzt ist alles repariert. Das mach ich dann auch gleich. Ah, jetzt weiß ich, warum wir den mitnehmen konnten, den Benzinkamister. Unsere ist weg. Äh, okay. Boah, warte ich mal. 177? Da muss ich jetzt aber mal nachgucken. Reparieren? Weil ich find's ja spannend, dass du hier dein Zeug mit, äh, Geld reparierst. Ja, Geld regiert die Welt. Das weißt du doch. Mhm. Ach. Ich lass mal so ein paar schlechtere Sachen fallen. So. Okay, ich meine, das sind alles genagelt, genüppelt, äh, keine Ahnung. Repariert. Mhm, sehr gut. So, dann können wir ja... Oh, der ist auch gar nicht so gut. Ja, okay, den Rest behalte ich jetzt erstmal. Aber der Strom läuft immer noch. Ja, und ich hab keine Ahnung warum. Warte mal, das eine Kabel geht nach da drüben. Wir müssen irgendwie... Hier rein. Geht die Tür auf? Nee. Hi, Kollege. Nein. Ich geh mal was zu gehen. Ah! Ähm. Ich geh nix gucken. Ich komm zurück. Boom. Moin. Boah. Holy moly. Au. Upsi. Upsi. Bei denen ist ja hier Action. Ich seh gar nicht mehr rum. Geh, wen anders hauen. Ich mach dir nur deine Arme kaputt. Ha! Ein Arm ist schon mal weg. Okay, aua. Oh, 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 oh. Der hat mich aber böse erwischt. Ich hab kein Health-Kit mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab niemals eins gesessen, aber... Es hat auf jeden Fall keine Arme mehr. Das ist gut. Boah. Holy moly. Da ist ausgeschaltet, ne? Da hinten. Sollten wir die Quest vielleicht einfach mal aktivieren. Ja, vielleicht. Welche ist denn das? Flaschen Schnaps. Strom ausschalten. So, die möchte ich jetzt aktivieren. Genau. Ich geh mal kurz hier hinten gucken, weil... Was ist denn jetzt hier los? Kommt ein Runner. Gut. Ach, da oben ist der Strom. Oh, hoch. Der hat einen Überschlag gemacht. Cool. Ja, bei mir leider nicht. Was bist denn du? Suche einen Weg auf die Plattform. Achtung. Hä, was leckt das denn so? Das ist mein Spielstand. Oh, scheiße. Ich brenne. Diese Minecraft-Kisten, ne? Das ist doch super. Aber ich erinnere mich, Dunkel, dass wir das tatsächlich schon gemacht haben. Aber gut, ist dann so. Mein Gott. Gibt Schlimmeres. Da kommt, glaube ich, unten wieder einer angerannt. Du, 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 du. Guten Tag. Ich halte, F. Oh, ja. Heilung. Was hat sie denn da unten? Sonst geht sie aber gut, ja? Oh, fuck. Man kriegt Fallschaden. Nein. Nein. Oh, Mann. Schum. Zu spät. Guck mal, ich bin direkt hier wieder gelandet. Ich bin hinter dir. Ah, sehr gut. Sag mal. Klapp. Klappschuss. Bescheuert. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann müsste der Strom aus sein. Genau. Hüpf. Aber weißt du, was ich gelesen habe letztens? Schrieb einer, an Halloween zieht er sich an als Spritpreis. Oh, das ist aber auch creepy. Was ist los? Was ist los, hä? So. Glückwunsch. Gibt es hier noch irgendwo Heilung? Oh, ja. Sehr schön. Oh, hier sind Äpfel zum Essen. Oh, sehr schön. Ah! Oh, scheiße. Ich habe mich gerade zu Tode erschreckt. Ist der Tod jetzt? Ist der Tod jetzt? Ist der Tod jetzt? Bestimmt. Okay, das ist... Geronimo! Geronimo! Oder auch nicht. Wir sind zu fett, beide zusammen. Hä? Okay. Achso, warum ist das? Ah, und hier ist das Saftpaket. Da redet jemand. Kannst du mal sehen. Moin, willkommen von der Telekom. Oh, hier sind ganz viele Saftpakete. Werden wir direkt hierhin fahren sollen. Oh, ist die Rolle auf. Wo ist denn unser Auto? Da ist unser Auto. Und schwupps. Okay, dann ist das auch im Auto. Sehr schön, sehr schön. Brauchen wir nicht nur zwei? Schade, glaube ich, nicht. Wenn wir noch eins... Also, ich kann es zumindest mal ablegen. Ja, okay, okay, okay. So, aber ich habe ein Level abgehabt. Das würde ich gerne... Oh, und dann könnten wir vielleicht die Folge beenden. Ja, äh... Oder? Ja, wir haben doch gesagt, wir gucken mal so auf 25 Minuten. Ja, stimmt. Eigentlich würde sich das jetzt anbieten. Dann haben wir das gemacht und dann fahren wir in der nächsten Folge zurück. Genau. Regeneriert 10% Gesundheit pro Minute. Das klingt doch nicht schlecht. Mhm. Was ist der hier? Erhöht die Kraft und Schaden mit allen stumpfen Waffen. Ausdauerkosten. Haltbarkeit. Ich gucke mal, dass uns hier nicht noch einer irgendwie überrascht, ganz plötzlich. Mhm. Ne, ich mache jetzt tatsächlich mal 10% Gesundheit pro Minute. Das ist, glaube ich, eine ganz feine Sache. Also, ich habe jetzt Schlösserknacken durchgeskillt. Also, falls mal irgendwie, ne, Kisten aufgeschlossen werden müssen. Sehr geil, ja. Was habe ich denn noch so... Ah, den müsste ich eigentlich dann mal aufmotzen. Warte mal, die macht 150, ne? So, und der macht... Warum kann ich das nicht sehen? Achso, ich kann das hier sehen. Oh. Okay, der ist gar nicht mal so gut. Pass auf. Fallen lassen. Den... Möchte ich jetzt... Ich kann euch den dazuweisen, Herrgott. Äh, äh, äh... Ja, ausrüsten. Und dann... Oh. Ist da, ist da, ist da was drin? Ich habe ein bisschen Muni, ja. Darf ich dir mal an den... Nein, darfst du nicht, Jan. Nein, 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 nein. Hier, du kannst... Du kannst dir toll einen Baseballschläger haben. Mit der Kettensäge dran da. Ja, gib her. Liegt vor deiner Nase. Ah. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Alles klar, bis dann. Bis dann, tschüss.